Ich bin jetzt erstmal hier Drag-Dealer-Simulator. Wir fangen mal an. New Game. Wir spielen mal auf einfach. Nur fürs Let's Play. Und ja, soll von dem polnischen Studio, glaube ich, sein. Kostet ungefähr 20 Euro. Sehr erschwinglich, sehr, sehr qualitativ hochwertig, wenn ihr so ein bisschen GTA-Zocker seid oder sonst die Grüße, die gerne so Spiele spielen. Yeah. Bara. So geht's ab, Joga. Fuck you too, man. Here we are. The adventure is hot. The big question is, is this my story or your story? Let's find out together, shall we? So, Digga, bin wieder verbitt. Hab wieder bestes Matri am Start. Fangen wir an. Wie ich sehe, haben die es ein bisschen upgrade. So. So. Yo, hope you're up. I would let you sleep yesterday off, but I have some trouble some motherfucker to attend to, and it can't wait. I'm waiting for you at the main square close to my place. Sober up and come see me. Moment, wir müssen erst mal was abchecken. Okay. So. Ready? We're going to have a good nine. So lässt sich zum spiel You can check your current tasks, ok Treffen wir jetzt mal mit Eddie So typischer Citroën So, können wir werfen Wo haben wir die Schlüssel hingelegt? Oh Gott Da haben wir sie doch So In unserer schäbigen Ghetto Wohnung Enjoy the Curva View Jawohl Curva Jinkichisato Jetzt Curva Eddie Oh, es verfickt nochmal Eddie Ich sehe immer gut aus Bruder Ich setz mich mal neben dir ganz unauffällig Gutes Zeug Bruder Gutes Zeug Und dann einfach mal hier Und dann einfach mal hier Okay, anyway, good that you stretched up, cause we've got some jobs to do. Listen up, I'm your main and only contact in the cartel. Anything and everything considering the business in and out goes through me. From now on, I'm your daddy, your boss, your fucking wife all in one person. Alles klar, digger. You write to me. You got the cash for the cartel? I take it. You shit your pants? I need to know before you change your underwear. Straightforward. We're gonna start basic. Grass and amp. There are three packages waiting for you in a dead drop at the back of a supermarket. Grab them, go home, and get your laptop. There'll be clients writing you soon. You make them sales, and I'll get back to you soon after. Questions? Oh, you're a smart boy. You'll find it. Anyway, get to work. Gotta go. We'll get to you later. So, mach's gut, digger. Peace out. Gets verdammt Stefan aus. Also wie hier. Okay. Love you, mom. Okay. Okay. I'm feeling so... I can't give you an idea of how, but we have just going to go out, but we have got... ... ... ... so was gibt es hier noch so wo haben wir das scheiß zeug hier so klein fangen wir an kannst du auf jeden Fall ich in deinem Leben empfehlen hab die Probleme mit der Polizei hier schreiben wir also mit den Leuten machen alles schon mal fertig so you might need that sexy red backpack on the cupboard I know you're probably used to those sissy casual games where money stored in a magic cloud under god's fucking pillow but it ain't the case for us here you need space to carry cash so take that into consideration before you run those first clients so laufen wir erstmal los ajo dude kching so läuft es i tell you backpacks have downsides as well the more you carry the slower you run and big beefy bags may seem suspicious to the police Okay, ich hab dir gesagt, jetzt ist das dein Problem. Kleine Moment, eine Sache müssen wir noch abchecken. So, wo haben wir noch einen Kollegen? So, sie werden bald mehr natürlich anfordern, die Kollegen. Falls man sie Freunde nennen kann. Ich weiß nicht, alles Ratten hier in Frankfurt. So. Und jetzt holen wir erst mal auf Pumpe, würde ich sagen. Und so läuft das, bis das jetzt, wenn wir ein bisschen so zocken. Jetzt checken wir einmal die Gas Station ab. Was es hier so schönes gibt. So, was kommt mir gebraucht? Baking Soda. Dann nehmen wir mal so fünf Stück mit. Oh, das ist schon. So. Verstauen wir erst mal das Geld. Und das Baking Soda. So, Eddie, 60 Minuten dauert das ganze Spaß. Und so läuft das jetzt mit dem Business. So, wir haben drei Klienten, soweit. Schön und gut. Das muss aber mehr werden. So. Jetzt gehen wir wieder nach Hause. So. 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 You're in workstation mode now. You can arrange your lab to mix and produce whatever you desire. Remember chemistry classes back in school? No? Yeah, me neither. Fuck it. Who cares, right? You'll find more info in the workstation manual. So. Amphetamine. So. Okay. So. So. kam rein so läuft es jetzt packen wir erstmal die ganze scheiße hier natürlich ab auf ein gramm tüten so so schaue einmal 4g Ampfe 4g Gras 4g Gras so so läuft es auch und jetzt gehen wir erst mal unsere zweite runde war es das erste teil vom display ich hoffe euch gefällt das spiel wir werden es auf jeden fall weiter zocken so und hier ist noch ein kollege jawohl scheint in england zu sein mit ausgangssperre so macht man geld heute tage jungs und mädels so ist wir erst mal geld die fand Oh, wir müssen natürlich das Geld nochmal holen, scheiße. Oh, wir müssen das Geld nochmal holen, scheiße. Oh, wir müssen das Geld nochmal holen, scheiße. So, wir scheißen natürlich drauf, ob jetzt Ausgangssperre ist oder nicht. So sieht die neue Bestellung aus. Ja Leute, das war es erstmal für die erste Episode, ich hoffe es gefällt euch. Es wird auf jeden Fall mehr geben, wir zocken es direkt weiter und es wird dann morgen zu sehen sein. Haltet das Video, wenn es euch gefallen hat, schickt es weiter, ladet es bei Instagram hoch oder sonst irgendwas. Erzählt eure Freunde davon, lasst ein Abo da, macht's gut.